Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute bin ich unterwegs in Frankfurt-Heddenheim und was es dort alles Schönes zu entdecken gibt, das werden wir uns jetzt in meinem Video anschauen. Auf diesem schönen Spielplatz, der sogenannte Zebra, Spielplatz wegen dem Zebra, was man dort links sieht, gibt es auch einen schönen alten Brunnen. Wasser fließt hier keins mehr, selbst wenn man hier mal versucht zu pumpen, also da passiert gar nichts mehr, aber einfach ein schöner alter Brunnen. Viele schöne alte Häuser gibt es in Heddenheim zu entdecken, wie hier das sogenannte Heddenheimer Schloss. Hier ist der Bürgerverein. Wer in Heddenheim unterwegs ist, der sollte unbedingt in die Speisekammer gehen. Dort gibt es leckere Speisen und Getränke, ist auch weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Die Speisekammer in Heddenheim. Wie auch schon in vielen anderen Videos gesehen, gibt es auch in Heddenheim viele schöne Fachwerkhäuser. Hier sehen wir nun die katholische Kirche Sankt Peter und Paul. Was man in Heddenheim auch noch findet, das ist hier zum Beispiel einer von insgesamt zwei Bunkern. Heute findet man in diesem Bunker zahlreiche Bands, die dort Räume gemietet haben. Eine Besonderheit, die es jedes Jahr zu Fasching gibt, nämlich am Faschingsdienstag, das ist in Frankfurt-Heddenheim der Fastnachtsumzug klar Paris. Und von der Lurgi, extra speziell, wurde dieser Brunnen gebaut für den Fasching. Leider im Moment im Herbst ist dieser schöne Brunnen aus, aber im Sommer kann man hier das Plätschern des Wassers genießen. Auch ein besonderes Schmankerl, was man in Heddenheim findet, das ist jetzt hier in Richtung Meratonviertel dieser schöne Kindergarten, ein Gebäude des Hundertwasser. Was man auch in Heddenheim entdecken kann, das ist hier eine Gedenkstätte des Arbeitserziehungslages Heddenheim 1942 bis 1945. Und auch dort machen wir einen Schwenk drauf. Das findet man, wenn man weitergeht, hier hinter den Metallgittern. Dort ist auch eine LED-Laufschrift, wo Informationen draufstehen über den Hergang dieses Arbeitserziehungslagers. Den ganzen Text werde ich euch jetzt nicht zeigen. Wen es interessiert, der sollte auf jeden Fall sich dieses Arbeitserziehungslager in Frankfurt-Heddenheim einfach einmal anschauen. In Frankfurt-Heddenheim hat auch die FES einen Stützpunkt, nämlich mit dem Müllheizkraftwerk. Wer nach der ganzen Tour in Frankfurt-Heddenheim der Hunger plagt, kann nebenbei, neben dem Nürnberger, der Speisekammer, auch hier im Stöpfscher Eikern. Auch eine evangelische Kirche darf in Heddenheim nicht fehlen. Und so haben wir hier die evangelische Thomaskirche. Und wie schon erwähnt, gibt es auch noch die Speisegaststätte Mummberger in Alt-Heddenheim. Ein weiteres Highlight, was es in Heddenheim zu entdecken gibt, das ist ein weiterer Brunnen, wie vorhin schon in dem Park gesehen, und zwar hier die Gemahpumpe. Untertitelung des ZDF. auch sehr schön vor einem ehemaligen lädchen was man vermuten kann haben anwohner eine bank hingemacht damit sich leute einfach mal hinsetzen und ausruhen können wie schon erwähnt einmal im jahr faschingsdienstag gibt es den fastnachtsumzug klar paris und hier im clubhaus dort finden nach dem umzug noch veranstaltungen statt wo man feiern kann ferner kann man auch noch zur susanne oder in solberg welche man in frankfurt herdernheim ebenfalls findet hinter dem clubhaus befindet sich ein schöner spielplatz mit diesem kletterfelsen den man hier sehen kann und hier gibt es auch zwei schöne alte große bäume ja liebe freunde und von diesem spielplatz möchte ich mich von euch verabschieden ich hoffe euch hat das video über herdernheim gefallen in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch was macht's gut ciao euer sven